Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Ist mit den gegenwärtig verfügbaren LKW-Assistenzsystemen schon das Ende der Entwicklung erreicht? Die Ingenieure des belgischen Nutzfahrzeugzulieferers Wabco sind davon nicht überzeugt. Sie haben viel Zeit und Energie darauf verwendet, die Lenkung noch ein gutes Stück autonomer zu machen. Doch wie funktioniert das? Der eigentliche Eingriff in die Steuerung ist einfach. Ist die autonome Lenkung eingeschaltet und soll der LKW beispielsweise nach links fahren, wird die Bremse am linken Vorderrand kurz aktiviert. Der Rest ist reine Physik. Ihren besonderen Wert stellt diese Lösung im fortgeschrittenen Spurhalterassistenten mit aktivem Lenkeingriff unter Beweis. Wie bei den Systemen der ersten Generation erfassen auch hier Kameras die Fahrbahnmarkierung. Droht der LKW diese zu überqueren, ohne dass der Blinker gesetzt ist, wird der Fahrer nicht nur gewarnt, der Assistent greift auch aktiv in das Geschehen ein. Ähnlich funktioniert das System, wenn der LKW auf Strecken mit uneinheitlichem Straßenbelag bremsen muss. In solchen Situationen neigen Lastzüge zum Beispiel bei Vollbremsung dazu, aus der Spur auszubrechen, immer in die Richtung, wo der Belag dem Reifen den besseren Grip bietet. Der aktive Spur der Assistent reagiert auf die Unterschiede, indem er den Reifen auf der schlüpfrigeren Seite der Fahrbahn genau in dem Maß verzögert, dass der LKW in der Spur gehalten wird. Neben diesen sehr nützlichen Anwendungen haben die Wabco-Ingenieure aber auch andere Ideen umgesetzt. So haben sie eine Fernsteuerung entwickelt, mit deren Hilfe der Fahrer seinen LKW präzise einparken oder aufsatteln kann. Bei der einen wie der anderen Lösung hält der Fahrer eine Art Konsole in der Hand, über die er die Funktion des LKW ansteuern kann. Der große Vorteil soll sein, dass der Bediener von außen um sein Fahrzeug herumlaufen kann und so mehr Übersicht beim Rangieren unter beengten Bedingungen hat. Für die Entwickler mag das eine spannende Lösung sein. Echte User dagegen könnten das als reine Spielerei abtun. Wir bleiben dran. Bis dann. Untertitelung. BR 2018